Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Together Borderlands Mit mir dem Ja Achso, achso, ich sollte weiterreden Mit mir dem Kegel und Und dem guten Gino Ja, ähm Wir sind wieder zurück Ja, nächste Folge und so Ihr wisst ja Bescheid, wir machen jetzt Benzinkrieg, also Benzintankstisch Und wenn wir das geschafft haben, dann Dann müssen wir noch genau das Problem ist, ne? Soll ich mal sagen, also ich weiß es nicht Also komm, wir machen es einfach So, also Benzinkrieg Also zum Auto und so Und los Ich fahre Oh, das ist lang Einmal so drehen Immer deiner Nase nach Okay Da lang Ein bisschen da Da hin müssen wir Was? So Die, samt öffne den What the Alter equator Daten Daten, alter Daten wieder bezüglich Neu Madatu Matty kak Shortway 다 weg Alter, das sind sehr ekelhafte Viecher. Oh. Glaubt, die sind tot. Sieht so aus. Joho. Hallo. Hallo. Hilfe. Hilfe. Ich muss so meinen. Hä? Ach, da hinten ist noch eins. Oh, der hat einen Revolver ausgeschissen. Ist ja toll. Aha. Ja, ja, würde ich sofort mitnehmen, was aus einem Vieh rauskommt. Nein. Aus dem Arsch. Ja. Äh, nein. Also ich... Nee, lieber nicht. Taxi! Bisschen in diese Richtung fahren! Taxi, Taxi. So ein Autobahn steht ja auch. Nein, ich drehe mich jetzt nicht um. Nein, da sind keine Gegner. Nein. Meinst du, da waren aber Gegner? Nein. Da hast du vorhin gesehen, da war nie aus. Ach, komm hier, mit Schmackes! Oh, scheiße. Ich komm mal zurück. Nee, nee, passt schon. Lass mich mal machen. Was willst du denn? Oh, Level up. Level up. Alter, die Waffe ist gut. Die bezahlen das, Gott. Ja, Mama. Na, was haben wir hier? Snipergewehr mit 200? Na, Schaden, aber kein Elementar. Ups, Schaden. Und 166. Ach, naja. Was haben wir hier? 47 mal 9. 50 mal 12. Nee. Kann man höchstens verkaufen. So, was geh ich jetzt? Komm, ich nehme die Waffen erst mal mit zum Verkaufen. Okay. Aha. Wenn du nichts dagegen hast. Ja, ne, mit. Gönn dir. Was siehst du? Ich habe auch ein Level up. Was? Ein Level? Ach, du bist schon eingestiegen. Ich dachte gerade, was läuft denn hier jetzt rum? Alter. Schreck in der Abendstunde. Das ist eine Wand. Ja. 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 Oh, Gott. Oh, Gott. Was ist das? Oh, Gott. Oh, ey, Leute. Guck mal ein bisschen runter hier. Ja, also du weißt immer diese Gewalt, ne? Oh, es ist so. Ja. Na, war. 1,2-1-Speaker. Watt. Drei, Leute. Jo, komm, geh, sterben, du Arsch. So. Ich habe zwar gerade nichts gesehen, aber okay. Ja, komm mal wieder runter, ne? Ja. Wie mein Charakter gleich abgeht. So. Zieh dir das ab. Ähm. Okay. Was denn? Ich werde... Hier. Oh. Ein Fahrzeug, möchte ich da... Ich glaube, die nehme ich mal mit. So. Gleich, wenn wir da sicher sind... ...werde ich mir erstmal diese Waffe angucken, die ich da gefunden habe. Oh, neue Mission. Ne, wir ziehen, klick, war hier. Stimmt, ja. Ja, ja. So, klein Moment mal eben. So, wenn ich mich so machen will jetzt... Äh, warte, muss ich erstmal auswählen. Ja. Stimmt, ja, genau da liegt dein Problem. Genau, das ist noch Level 18. Machen wir das jetzt auch noch. Schwierigkeits-trivial. Also, einfach. Okay. Dann mal los. Auf der O-Mist-Netz. Dann haust du mal in, wa? Ich glaube nicht, dass wir da lebendig ankommen. Hallo? Ja, bei dem fahrst du hier. Da würde ich lieber aufpassen. Ich habe alles in der Kontrolle. Ich habe da leichte Bedingungen. Ja, man sieht es. Yep, man sieht es. Da würde ich nicht runterfahren. Oh, da unten ist ein Weg rein. So. Hä? Ich würde mal sagen, wir müssen da vorne rein. Nein, nein, da, hier, hier. Hey, wie? Nein, 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 nein. Was? Wirklich? Ich weiß, was ich tue. Ich bin Arzt. Äh. Ja. Ich kann hier nicht hochspringen. Sehr schön. Wunderbar. Gino? Ja? Ich kann da nicht hochspringen. Nicht. Ach, jetzt geht's. Ganz toll. Wunderbar. Dafür muss dieses Vieh sterben. Komm, komm. Oh. Hallo? Ich würde da mal aufpassen hier. Alter. Wo springen denn diese Viecher an die... Hallo? Wo sind die? Hallo? Hormon. Oh. Der Drecksviecher. Was haben wir denn hier? Brandartefakt. Für Sirenen, also nicht für uns. Okay. Aber können wir verkaufen. Ha, ha, ha. Ja. Sehr schön. Ich wollte mir gerade die Waffe mal angucken und du nimmst sie einfach weg. Oh. Sag doch was. Hier. Liegst du dir nicht mal hin. Wolltest du mir eigentlich gleich sagen können, dass das so ne Scheißwaffe ist. Die ist nicht scheiße. Allein schon wegen der Säurefaktor. Die macht 25 weniger Schaden als meine jetzige. Aber trotzdem, Sire, Waffen, bin ich persönlich richtig geil. Okay, da fahrt sie man her. Ich zeige ihnen jetzt mal, wie man richtig Auto fährt. Nicht. Günther. Nicht so schnell. Bitte. Günther. Harry, halt die Schnauze. Aber mit Schmack ist drüber hier. Ja. Huch. Ich hab's gewusst. Hab's kaputt gemacht. Entschuldigung. Hallo, ich darf das per Kegel. Ja, töten. Ja. Noch ein? Ja, wir waren ja falsch. Das war nicht für die andere Mission. Also. Wenn doch richtig, aber wir haben gleichzeitig für die andere ein bisschen was mit aufgesammelt. Okay. Müssen wir jetzt hin? Die Brüffel. Hinter uns. Äh, in diese Richtung. Das ist gleich, glaube ich, hier oben. Nein. Nicht? Das ist gleich da. Da, da, da. Da, 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 da. Mich sovielfühner schnittst du die Jagd. Alles mitnehmbar verkriegen können. Da ist es. Ja. Nur wie kommen wieder rein. Oben drüber springen? Ach, nee, warte mal. Ich glaube, hinten ist noch hoch. Ja, warte, ich mach das eben. Okay. Ich bin dabei. So. Jetzt frage ich mich nur. Guck mal, so musst du es auch hier auf das Kasten herauf. Ja. Yippie. So. Was tust du da? Alles klar. Gut. So. Abliefern und andere Mission. Ähm, ich würde sagen, wir liefern jetzt noch ab und... Dann werden wir die Folge. Äh, ja, wie weit sind wir denn jetzt mit der Zeit? Ich glaube, 17 Minuten ungefähr, ne? Ja. Ja. Zeig, wenn er spritzt, tut. Oh Gott. Jetzt wisst ihr mal, warum mir nicht ganz so gut ist, wenn der Gino fährt. Ach, warte. Wir haben einfach nur zu viel Gewicht auf deiner Seite. Ach, jetzt bin ich auch noch schuld. Na, sehr schön. Aber mach es doch nächstes Mal alleine. Nee. Zeig doch zu, wie du hier klarkommst. Ach, sowieso. Oh Gott. So, dann können wir eigentlich eben nochmal hier, ähm... Ein Munitions-Upgrade kaufen. Äh, nehmen wir den Raketenwerfer noch. So. Junt. Ähm, gut, Gino, dann... Ich glaube, ich habe jetzt die Folge angefangen, ne? Ja, wo ich dieses scheiß Gedächtenschwund... Ja, ich hatte, glaube ich, angefangen. Also, ähm, ja. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ähm, bei dir auch. Natürlich lieben Dank, Gino, dass du wieder dabei warst. Ja. Mindestens hat es soweit wieder mit, äh, im Aufnehmen soweit geklappt. Und dann werden wir mal sehen, was dann so in der nächsten Aufnahmesession passieren wird. Ne? Genau. Alles klar, dann, äh, bis zur nächsten Aufnahme. Macht's gut, Leute. Tschüssi. Ciao.